Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumers da draußen. Ich bin's Basti und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem mega 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 Gewinnspiel, das ich dank euch bzw. meinen Abonnenten, die jetzt schon eine Weile dabei sind, wirklich endlich machen kann. Und zwar jetzt sage ich erstmal, warum ich dazu gekommen bin oder wie es jetzt zu dem Gewinnspiel kommt. Woher hat der Kerli Kohle? Das ging alles deshalb, weil ganz viele Leute, die mich schon lange abonniert haben und dabei sind, über meinen Link, ich hatte da so ein Bestelllink für FIFA 12 in meinem Kanal und das haben sehr viele Leute darüber bestellt und somit ist halt einiges Geld für mich zusammen bekommen, weil ich da mal ein paar Prozent davon abbekommen habe. Und ich habe immer versprochen, von dem Geld, was ich da gewinne, werde ich ein Gewinnspiel machen hier in meinem Kanal für meine Abonnenten. Und jetzt ist das Geld halt endlich da und jetzt kann ich halt auch das Gewinnspiel machen. Und ich habe, da es gutes, gutes, vieles Geld war, drei sehr schöne Preise ausgesucht und ich gehe mal davon aus, also ich würde sie gerne alle haben, ich würde sie gerne behalten, aber ich schenke sie ja euch. Und wenn ich sie schon mal ganz gut finde, dann gefallen sie euch bestimmt auch, denke ich mal. Gut, also würde ich sagen, kommen wir zu den Preisen. Aber erst mal ganz kurz, vorher habe ich vorweg auf meinen schlauen Zettel geguckt. Das Gewinnspiel geht jetzt von heute, vom 4.12.2012 bis zum Sonntag, den 18.12.2012. Also einschließlich dem. Für zwei Wochen wird das Gewinnspiel jetzt sein und es gibt drei Preise zu gewinnen und wir fangen mal mit dem dritten Preis an. Und das ist schon mal ein ganz toller Preis, finde ich auf jeden Fall. Hört ihr schon? Habt ihr schon gesehen? Ich weiß nicht, habt ihr schon gesehen? Also dieser wunderbare Adidas, wo steht's? Adidas Speed Cell Replica Ball. Also das ist jetzt nicht dieser super tolle 70 oder 100 Euro Ball. Das ist auch ein relativ guter Ball. Normale Größe 5. Und das ist übrigens der Ball, der bei FIFA 12. Wenn Rain Rudy da so reinrutscht, dann hat er den Ball vor sich. Und ja, der sieht ganz schick aus und da kann man mit Sicherheit mal die ein oder andere Runde Fußball mitspielen. Und ja, den werde ich euch als dritten Preis verlosen. Also dritter Preis dieser wunderbare Fußball. Ich finde es schon mal sehr geil. Ich würde ihn gern behalten, aber wie gesagt, ist ja ein Geschenk für euch dann. Dann kommen wir zum zweiten Preis und das finde ich auch schon mal ganz gut. Und zwar haben wir da dieses wunderbare Gamepad. Das ist das Wireless Xbox 360 Gamepad. Der geht sowohl für die Xbox 360 als auch für die PC-Version, weil für die PC-Version, für die PC-Spieler ist hier dieser Sender drin. Ich habe dazu ein Unpacking in meinem Video, in meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal angucken, weil ich mir den jetzt auch jetzt gekauft habe. Und ja, also den können Xbox und PC-Spieler benutzen. Ich finde das Teil wunderbar. Das ist der beste Controller, den es überhaupt gibt. Und somit denke ich mal, dass ich da der ein oder andere drüber freuen würde, wenn er das gewinnen könnte. Das wäre also der zweite Preis. Ein Controller. Hallo, wie geil ist das denn? Also wenn ich nicht schon hätte, ich würde ihn nochmal nehmen. Weil er einfach nur cool ist. Jetzt kommen wir zum ersten Preis. Da habe ich echt eine Weile überlegt, was mache ich da, wie mache ich es. Mein Wunsch war eigentlich, FIFA 12 zu nehmen. Und ja, gut, dann hätte ich mich für eine Konsole entscheiden müssen. Nämlich PC, Xbox oder PS3-Version. Und dann kriegt die halt irgendeiner, der FIFA 12 schon hat. Und das bringt ihm dann auch nichts. Dann will er das verkaufen oder sowas. Keine Ahnung. Und ja, deswegen habe ich mich dann doch dagegen entschieden, FIFA 12 zu nehmen, weil es halt zu meinem Kanal gut gepasst hätte. Geil. Das lasse ich jetzt drin. So, wird nicht rausgeschnitten. Und deswegen habe ich mich für was anderes entschieden, was jedem, jedem Konsolenspieler helfen kann und die er benutzen kann. Und das ist was ganz Einfaches. Und somit kommen wir jetzt zu Platz 1. Und das ist eine Geschenkkarte. Ein Gutschein für Mediamarkt. Der geht natürlich für Mediamarkt. Keine Ahnung, der kommt. Der geht sowohl für Mediamarkt als auch für Saturn. Somit müsst ihr nicht bei Amazon euch, wenn ich einen Amazon-Gutschein genommen hätte, bei Amazon noch anmelden und bestellen und keine Ahnung was. Und der Wert dieses Gutscheins beträgt 50 Euro. Also kann doch jeder Konsolenspieler sich auf jeden Fall ein tolles Spiel dafür kaufen. Oder meinetwegen auch irgendwas anderes. Eine DVD oder sowas. Oder ein Blu-Ray. Also mir egal. Das wäre auf jeden Fall der erste Preis für mein Gewinnspiel. Und wir gehen nochmal alle durch. Platz 3 wäre dieser Ball. Platz 2 das tolle Xbox 360 Gamepad. Original verpackt. Ja und Platz 1 der Mediamarkt-Gutschein. Also wenn die Gutscheine, die Gewinne mal nicht geil sind, weiß ich es auch nicht. Und deswegen denke ich mal, dass euch das bestimmt gefallen wird und ihr zahlreich teilnehmen werdet. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu den Teilnahmebedingungen. Ich musste mich da ein bisschen einschränken. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die Teilnahmebedingungen sind folgende. Ganz wichtig ist, ihr müsst aus Deutschland kommen. Also für alle anderen tut es mir leid. Ihr braucht eine deutsche Adresse, wo ich das hinschicken kann. Das wäre mir am liebsten, damit ich die Kosten und alles im Überblick behalten kann. Das ist eine der Teilnahmebedingungen. Dann die weitere Teilnahmebedingungen. Ihr schreibt einfach einen Kommentar unter das Video. Und zwar Modern Consumer. So wie ich heiße. Ihr könnt alles in großen Buchstaben oder alles in kleinen Buchstaben machen. Ist egal. Und wenn ihr noch was dazu schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Also Modern Consumer und schreibt geiles Gewinnspiel oder was weiß ich. Was ihr halt wollt. Dahinter. Das sollte eigentlich machbar sein. Keine schwierige Sache. Wer mir da eine persönliche Nachricht schreibt, ist disqualifiziert. Also nur in den Kommentarbereich. Nicht nochmal woanders hin. Und nicht in den Kanalbereich. Einfach in das Kommentar von diesem Video schreiben. Modern Consumer. Der nimmt teil. Alles andere wäre Disqualifikation. Das muss ich ganz klar sagen. Weil sonst ist mein Postfach überfüllt und dann hat man überhaupt keinen Überblick mehr. Wichtig ist, dass ihr das auch nur einmal schreibt. Also ihr dürft es nicht irgendwie 20 Mal schreiben oder in andere Videos noch rein. Wie gesagt, schreibt das nur einmal in dieses Video rein. Wenn ihr noch einen anderen Kommentar schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Aber nur einmal Modern Consumer. Das zählt dann. Dann ist noch eine Voraussetzung, dass ihr Abonnent von mir seid. Dann habe ich auch ein bisschen was. Vielleicht kriege ich noch ein paar Abonnenten dazu. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ihr sollt ein Abonnent von mir sein. Und das ist auch die Teilnahmevoraussetzung. Also ganz wichtig, ihr müsst Modern Consumer einmal reinschreiben in den Kommentarbereich. Ihr müsst Abonnent sein. Und eigentlich war es das schon. Und aus Deutschland, wie gesagt. Also die ganzen Teilnahmebedingungen stehen nochmal hier unten im Kommentarbereich drin. Und das Ganze geht bis zum Sonntag, den 18.12. Also einschließlich dem Sonntag könnt ihr noch mitmachen dann. Und ich werde dann in meinem Kanal den Gewinner die Woche da drauf bekannt geben. Oder die Gewinner von diesen wunderbaren Preisen. Ich würde am liebsten die Kamera damit umschießen. Jetzt hier den Abschluss. Egal. Ja, also das könnten eure Preise sein. Wie gesagt, der Ball, der Game Controller oder der Gutschein. Drei Preise. Und ich denke mal, die sind ziemlich geil. Und wenn jetzt viele mitmachen, würde ich mich freuen. Schreibt, wie gesagt, in den Kommentarbereich. Wer es immer noch nicht verstanden hat, guckt in die Beschreibung rein. Da steht, was die Teilnahmebedingungen sind. Und in dem Sinne gebe ich euch jetzt am Ende des Videos nochmal die Möglichkeit, mich zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und klickt einfach da drauf. Das ist kostenlos. Das kann man einfach so machen. Man muss nur einen YouTube-Account haben. YouTube-Account. Ich kann dieses Wort nicht abhaben. Und dann ist das wunderbar. Übrigens, so sieht der Controller aus, wenn er ausgepackt ist. Er ist schwarz. Ja, das war's. Und ich danke nochmal allen, die teilgenommen haben, die über meinen Link bei mir, FIFA 12 oder irgendwas anderes bei Amazon bestellt haben. Denen danke ich hiermit nochmal. Und ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Wenn ihr es nicht schafft, ja, das ist halt so. Ist ja ein Gewinnspiel. Kann jeder gewinnen. Drei Preise gibt es. Und ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück. Und ich krieg's nicht gebacken. Egal. Ja, also abonnieren nicht vergessen für die, die es noch nicht gemacht haben. Bis dann. Macht's gut. Euer Basti. Aber es sind ja wohl nicht viele Wege, die da hinführen. Hier ist das wenig Weg. Aber mir habe ich das Gefühl, ich werde viel schon geschossen. Wie denn stirbt die Penner? Ich habe ihm gerade das Leben gerettet. Das ist schon spannend, ne? Ah, wieder ein Volltreffer. So, hier nochmal ein paar Leuten das Leben retten geleistet. Aber diese Wand hier ist nicht sehr sicher. Das kann ich aus Erfahrung sagen.